Boxengold-Vita-Tour. Heute sind wir unterwegs in NRW, in Mönchengladbach, bei Kiki Hilgers von der Hühnerrettung NRW. Ihr liegt das Wohl des Federvies ganz besonders am Herzen. Über 30 Jahre ist Kirsten Hilgers schon im Tierschutz aktiv und seit 2020 im Vorstand der Hühnerrettung. Die Tiere sind ihre Leidenschaft und gerade die kleinen Momente machen es für sie besonders. Man kommt zurück, ja lustige kleine Gefiedergesellen, die schon durchaus Unsinn im Kopf haben. Wenn man im Frühjahr, Sommer, das Wetter so ist, dass man Zeit und Musse hat, draußen zu sitzen, sie zu beobachten, womöglich sogar bei ihnen zu sitzen, wird man viele lustige Geschichten entdecken und das ist es wert. Das ist auch diesen Arbeitsaufwand dann mal wert. Besonders wichtig ist für die Hühner neben einem großen Auslauf der Stall. Und hierfür nutzt die Tierretterin aus Überzeugung unsere Boxengold-Premium-Eco-Streu. Denn ihre Tiere fühlen sich wohl auf unserer Einstreu und Boxengold bringt viele wichtige Eigenschaften mit sich. Schön finde ich es, wenn der Boden dieses Legenestes mit einer Einstreu bedeckt ist, die staubfrei ist, die sehr, sehr saugfähig ist. Weil es passiert nun mal, es geht mal ein Ei kaputt, es wird mal ein Windei gelegt, es wird mal unversehens Kot im Nest abgesetzt. Und all das sollte aufgesaugt werden, um die guten Eier, die da reingelegt werden, zu schützen und natürlich auch um das Gefieder des Huhns zu schützen. Das Wohl der Tiere immer im Mittelpunkt. Dafür setzt sich Kirsten Hilgers ein. Und die Hühner, sie fühlen sich hier in Mönchengladbach sichtlich wohl. Wir freuen uns, dass Boxengold bei den Hühnern ein Platz zum Wohlfühlen und Relaxen geworden ist. Und die Hühner, sie fühlen sich hier in Mönchengladbach, sie fühlen sich um die Welt.